es ist nur die ordnungskegel zu sehen ich habe ein gerät gebaut mit dem ich sie als overlay auf meinem sensen sehen kann jedes mal wenn du meine reminiscene aktiviert siehst du die ich glaube das muss ich so machen und glaube das ist ja das ist so zu seinen innen nur ein kurzer sprung bis zum ziel verdammt so natürlich nicht siehst einfach aus der hatte schon so Kid Christmas. Ich kannte ihn. Ein Gedächtnisjäger wie ich. Wahr. Nun die Schande deines Berufsstands. Ein potenzielles Genie, das seine Seele für Geld verkaufte. Okay. Treppe sind hier ab. Und da sind sie. Oh, Fokus. Wo? Bots. Bust. Buster. Ah, 90 Grad. Nicht schlecht. Supi. Okay, komm. Ein Balken immerhin. Ach, hier. Technologie. Okay. Oh, nee. Dämmö, sende. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Boah, das ist gut, ne? Und du bist mein Nächster, aber ich will mir einen Legen-Empferd Au, das hat Legen-Empferd Au Au Ja, gibt ja Sau Seine Energie Juhu Und runtergeflogen Und gewonnen Wie lang soll ich noch klettern? Kairi Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon aus Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request Äh, okay Wo haben wir uns dann gerückelt? Gut, das ist soweit, dann sind wir da, ne? Oh W willen wir uns dann Alzheimer EGH HAU Oh H mü another Teil Jetzt Was ist ein Trap? Oh Gott! Ich schraub euch weiter... Ich schraub euch weiter! Schraub euch weiter... Schraub euch weiter! Schraub euch weiter... Gehen wir in die Leppe. Du hast mich gehasen. Du hast mich gehasen. Ach du, Heiliger Geist! Das muss ich zurücknehmen. Oh ne Scheiß, was muss ich verraschen? Allein kam ich nicht. Scheiße, wie war das nochmal? Alter, habe ich sowas verpasst oder was? Äh, gut. Da oben vielleicht. Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Aha, okay. Oh, Problem habe ich. Dann gehe ich da rein. Ich glaube, das ist die nächste. Nee. Äh. Ich mache mir nichts zu... Ah, hier ist! Eins war ja hier nicht, oder? Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. So, jetzt. Yay! Okay, die Wand schützt uns vor den Drohnen-Scanner. Okay, das stimmt. Hohohoh. Ich bin gut. So wollte sie so unten schauen. Das war es. So, was willst du mir jetzt zeigen? so da sind wir ich hoffe dass alles geklappt hat und ich nicht nur mit mir selbst rede ich gehe zur rotunde und bringe dir diese demnisszene und die gilt so die bühne kann man nichts machen so leute ich werde sagen das war's und wir sehen uns nächstes mal